Also gut, Jun. Kannst du mir sagen, was das ist? Es ist... Das ist in Ordnung. Aber der momentan beste Ort für dich ist genau hier bei uns. Lustiger Freitag? Daisy, Daisy, give me your answer, dude. Wir sind keine schlechte Bande. Sie hauen hier jetzt aber nicht ab, oder? Doch, ich hoffe schon. Jun! Mama, oh Gott sei Dank. Hallo, mein Kind. Du weißt, wer ich bin. Und was du getan hast. Du hast mein Haus verkauft. Hast du diese Kleidung hier? Wir sollten besser von diesem Grundstück verschwunden. Ich muss dringend meinen Sohn erreichen. Ist er auf Arbeit? Wir sind seit drei Jahren geschieden. Mama? Was ist mit der Architektur? Was ist das hier überhaupt? Ein Copyshop? Scannen und drucken kann man hier auch. Diese Klarheit, die du jetzt gerade erlebst, wird nur vorübergehend sein. Du bist eben nur zu einem heiklen Zeitpunkt zurückgekommen. Ich glaube, ich bin gerade noch rechtzeitig zurückgekommen. Das ist der Grund, warum Unternehmen unrentabel werden. Sie verlieren den Fokus. Kannst du dich nicht einmal für fünf Minuten wie eine normale Mutter verhalten? Ich habe dich vermisst, verstehst du? Liebste Ginny, ich bin unterwegs und hole meine Kommode. PS, ich borge mir dein Auto. Das ist der Einbruch. Hilf mir! Nein! Was hast du mit dieser Kommode? Die Kommode, das Letzte, was ich noch von ihm habe. Stopp! Die Kontrolle, die Sie glauben, über diese Firma zu haben, liegt nicht bei Ihnen.